Seid gegrüßt meine Freunde, ich bin´s Kollege der Boss und ihr habt mir ein paar Fragen gestellt über Selbstmeld-Forum, Facebook und so weiter. Ja, mein netter Mitarbeiter hier, der Thompson, hat die für mich zusammengestellt getragen und die werde ich euch jetzt mal beantworten, meine Freunde. Also lebt euch zurück und lauscht ihm mal den Antworten des Bosses. Viel Spaß dabei. Vielen Dank für die Nachfrage. Ich habe angefangen Texte zu schreiben, da war ich in der Schule noch auf jeden Fall. Und da war ich so, lass mich nicht lügen, 17, 17 glaube ich. Das war schon der ersten Gehversuche gewahrt. Damals war so die Zeit von 1, 2 massive Töne und wie sie alle heißen. Und dementsprechend waren die Texte, die ich so geschrieben habe, ich wusste von denen inspiriert. Und mein Homie, der hat mir gemeint, ey, du musst einfach von dem Parleisen, von dem Parleisen sehr viel so zusammen. Puzzelt sie so zusammen, kommst dann an und willst Props für deinen krassen Text haben von mir. Aber dem habe ich dann im Endeffekt gezeigt. Den habe ich letztens noch mal getroffen, ewig nicht gesehen und habe gesagt, er hat das nichts anderes mehr als Kollegah. Also ich bin dabei geblieben und habe meine Skills auf jeden Fall trainiert. Und ja, so bin ich zum, zu Deutschlands einzigen ZUF-Rapper, dem Bossrapper überhaupt geworden. Und ich würde sagen, auf sexischer Ebene macht mir wirklich weltweit mittlerweile auch keiner was vor. Ja, ganz klar. Es ist überhaupt kein Problem, auf neue Wortspiele zu kommen, wenn man Kollege der Boss ist einfach. Und ja, ich sage mal so, ich habe natürlich jetzt seit fünf Jahren auf jedem Release haufenweise Wortspiele ausgepackt. Das muss aber noch lange nicht heißen, dass da jetzt bald Schluss ist. Denn wie ich dir mal sage, die deutsche Sprache, die schönste Sprache der Welt, hat Dichter hinvorgebracht, Schiller, Goethe, weltbekannt. Und diese Fußstapfen dreht sich jetzt auf. Und ich sage mal so, mein Freund, ne Ende ist da noch lange nicht in Sicht. Das kann ich dir aber flüstern. Und das geht noch einige Zeit so weiter. Ich habe noch Ideen, ich könnte da noch mal 10 Haar mitfüllen. Sag ich dir ganz ehrlich, wie ist das mein Freund. Und da braucht sich keiner Sorgen zu machen. Das sage ich auch ganz offen, wie es ist. Ich habe so viele Punchlines noch, wenn irgendeiner der Rapper auch mal vielleicht sexliches Tief hat oder Ghostwriter braucht. Um es jetzt mal so offen zu sagen, da kann er mich auch kontaktieren. Kostet natürlich was, ist klar. Aber wer sich mal ein paar schöne Punchlines vom Boss kaufen möchte, das wertet natürlich ein Album ingemein auf. Und da können sich die Leute gerne melden bei mir. Da fängt man bestimmt zusammen mit mir so. Puh, ich würde sagen, ja, angeboren. Denn wirklich viele Bücher habe ich nie gelesen eigentlich. Das denken die Leute ja immer so, dass bestimmt wohl die Leseratte war und so. Aber ist eigentlich gar nicht so. Natürlich habe ich schon wieder auch mal ein Buch gelesen. Aber ich denke, es ist einfach angeboren. Meine Mutter ist genauso, mein Vater war auch so, die hatten alle großen Wortschatz. Und das ist einfach auch eine Frage der Alpha-Genetik, würde ich einfach sagen. Und das war so zu verantworten. Die Goldkette, das wurde schon länger nicht getragen, jetzt in letzter Zeit. Das liegt daran, weil ich in letzter Zeit nicht so viel Zeit hatte zum Trainieren. Und die ist halt schwer. Aber das geht ganz schön ins Kreuz. Und ich werde mal demnächst mal wieder öfter das Fitnessstudio besuchen, um hier meinen Nacken wieder ordentlich aufzutrainieren. Und dann werde ich die Goldkette auch wieder tragen, meine Freunde. Das kann man so nicht sagen. Jetzt werde ich oft gefragt, was die beste Punchline ist. Und das ist sehr schwer. Das ist sehr nicht schwer. Jede Punchline hat einen Reiz. Es gibt verschiedene Arten von Punchlines. Manche gehen vorne in die Fresse und manche sind so ein bisschen um die Ecke. Und manche erniedrigen den Gegner auf eine ganz andere, auf eine subtile Art und Weise. Also da eine Lieblingsline rauszusuchen, ist gar nicht so einfach. Und das kann man auch nicht. Das würde den anderen Leidens auch nicht gerecht. Das finde ich, das geht nicht. Ne, da habe ich schon nie gestern lassen. Aber da habe ich letztens im Fernsehen mal was gesehen, so einen IQ-Test. Mit Audi-Procher oder so. Und habe ein bisschen mitgemacht. Und da kam ich schon so auf eine 160 bis 170. Ich würde sowas gerne mal offiziell machen, einen IQ-Test. Das würde mich selber mal interessieren. Ich gehe davon aus, dass ich schon einen exorbitant großen IQ habe. Davon gehe ich nicht mehr aus. Meine drei Lieblingsalben von anderen Künstlern. Würde ich sagen, Young Cheesy, das ist mein erstes Album. Ich sage Motivation 1-on-1. 1-on-1. Dann 50 Cent, get rich or die trying. Und das ist viel. Ich würde sagen, auf jeden Fall ist noch weit vorne dabei. Irgendwo total gut aussehen. Am meisten Spaß gemacht hat mir bis jetzt von den Reisen... ...und... Also Belgrad war schon lustig mit Fahrrad und Slick. Ähm... Ich weiß gar nicht, war das lustig. Keine Ahnung. Ja... Eigentlich gucke ich sehr wenig TV. Ich gucke gerne mal Web Millionär in letzter Zeit. Ich habe schon wieder angefangen das zu gucken. Und versuche immer da ein bisschen über die Fragen zu beantworten. Und... Ansonsten... Boah, schwer. Switch Reloaded ist ganz okay. Stromberg kommt ja nicht mehr. Das habe ich immer gerne geguckt, Stromberg. Aber ich habe gehört, ich die Drehung nicht schaffe. Kann das sein? Ja, das war cool. Ich glaube mit Kinofilmen auch noch. Da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten... Eigentlich die Fans ist das nicht. Breaking Bad kommt aber... Hab ich gesehen, kommt jetzt... Breaking Bad. Eine Serie, sehr zu empfehlen. Habe ich auf Englisch die ganze Zeit geguckt. Habe jetzt gesehen, es kommt auf Arte. Ich weiß nicht genau, wann. Könnt ihr mal auschecken. Da gibt es so einen Lehrer, der... geht in die Queps und muss dann... Er beschließt dann, dass er... Also er ist Chemielehrer und er beschließt, dass er jetzt seine Familie abzusichern, wenn er tot ist. Äh... Stellt er Crystal Meth her und... Kommt so in die kriminellen Kreise, wird das vertegen und so weiter. Fängt halt ganz klein an. Aber kommt so das beste Crystal Meth, dass er so die Welt hier gesehen hat. Und ähm... Ja... Es ist auf jeden Fall sehr viel Drama und so weiter. Und sehr gut gemacht. Die Serie Breaking Bad. Gucke ich gerne. Und ähm... Ähm... Ja... Das war's eigentlich... Das guck ich eigentlich nicht zum Fernsehen. Ich bin jetzt ein bisschen abgetauscht. Aber einer der Ringe. Die Trilogie ist auf jeden Fall sehr geil. Dann äh... The Ring fand ich sehr geil. Und ähm... Gladiator war geil. Es gibt auch noch viele gute Filme. Ich hab letztens auch noch einen Geilen gesehen. Also von Comic-Masic war das einer der besten, die ich jetzt gesehen habe. Ähm... Und zwar hieß der die etwas anderen Cops. Mit Marky Mark. Mark Warlock. Und da hab ich sehr gelascht. Den ganzen Film so gelascht. Der ist sehr geil. Die Lieblings-Comedians sind von mir im Moment auf der 1. Ähm... Olaf Schubert. Olaf Schubert ist sehr lustig. Und ähm... Den gibt's noch. Auf jeden Fall Christoph Maria Herbst. Auf jeden Fall einer der besten. Ähm... Den gibt's da noch. Den gibt's noch von Comedians. Wenn ich gar nicht mag, ist dieser Bühlen Ceylan. Der ist so lustig. Oder auch Serdar Somonjo. Der ein bisschen Hype hat in letzter Zeit. Mit dem kann ich echt nichts anfangen. Die sind so... Nee, ging gar nicht klar. Ähm... Wer meiner Meinung nach auch immer ein bisschen ungerecht behandelt wird, ist Mario Barth. Viele Leute wählen den ab, nur weil er so kommerziell erfolgreich ist. Und so weiter. Und sagen, ja es ist Humor für die Primitiven. Aber eigentlich ist der voll lustig. Warum muss immer Humor so kompliziert sein? Muss doch alles sein. Der hat gute Sprüche. Ich hab mir letztens sein neues Live-Programm angeguckt. Und hab auch mal gut gelacht. Es war auf jeden Fall unterhaltsam. Ja, ich hab einen guten Trainingsplan momentan. Ähm... Und ich fang jetzt grad wieder an. So ein bisschen ernsthaft da. Äh... Zu trainieren. Mein Trainingsplan ist so aus. Ich geh viermal die Woche ins Studio. Montags... Mittwochs... Donnerstags... Ne... Montags, Dienstag... Donnerstag und Freitag. Mach ich wieder Bauch. Wochenende hab ich keine Zeit. Und... Ähm... Ja, der sieht so aus. Dass ich... Weitensplit habe. Montags mach ich Bauch. Äh... Bizeps und Brust. Ja. Montags Bizeps und Brust. Ganz klar. Äh... Dienstags mach ich Rücken und Schultern. Donnerstags mach ich... Wieder Bauch. Und... Ähm... Beine. Und... Bizeps und Freitag. Ähm... Mach ich dann... den ganzen Körper. Alles einmal so durch. Und dann geht das Montags wieder von vorne los. Ja, wird es geben. Habe ich zufälligerweise sogar gestern beschlossen, dass ich da einen richtig krassen Track mache. Für mein nächstes Album. Ein kompletter Double Time Track. Wo ich versuche die besten Double Times zu machen, die ich bis jetzt gemacht habe. Ich werde auf jeden Fall mich weiterentwickeln mit dem nächsten Album. Und... Ähm... Ich möchte euch zu viel verraten. Es wird auf jeden Fall musikalischer werden. Äh... Und angepeilt ist es so für den Cruiser War 2011. Ich habe jetzt... Ich bin gerade noch auf Tour. Nach der Tour werde ich Support anzufangen mit dem Album. Und... Ähm... Ich werde diesmal auf jeden Fall mich reisen. Aber mehr sage ich jetzt noch nicht. Das ist halt immer Geschmackssache. Ich werde mich noch auf alle möglichen Arten vom Leads passen. Persönlich schaue ich immer gerne auf diese chilligen Dinger gerappt oder cool. Die Lines auch besser zu gern tun. Mein Layback Flow passt einfach gut zu diesem Leads. Aber... Ähm... Ich selber habe auch Lust auf jeden Fall noch einige Banger zu machen. Werden auch im nächsten Album noch sehr viele drauf sein. Und wegen der chilligen Tracks. Also da kann ich hier schon mal auf jeden Fall... Bescheid sagen. Mit dem Fall das alle. Ist nicht möglich. Die 2-Hater-Tapes. Die waren eine Trilogie. Die ist abgeschlossen. Und da kommen keine Titels. Die neue Trilogie hat ja angefangen. 2-Tapes. Da wird dann noch Teil 2 und Teil 3 immer noch jedenfalls folgen. Ja. Und was danach kommt. In der Stunde war auf jeden Fall Sport. Mein Lieblingsfach. Der hat den besten Sportlehrer übrigens. Der hat sonst einfach immer die Ball rumgelaufen. Und den Fußball. Wir durften 2 Stunden lang Fußball spielen. Der ist abgehauen. Hat irgendwas gemacht. Keine Ahnung. Und hat uns am Ende des Halbjahres dann immer jeden Einzelkette geheben. Und so. Und das war auf jeden Fall geil. Ansonsten habe ich gerne auch Kunst. Die Kunst war auch lustig. Ich habe immer in der Halbenklasse ihre Bilder gemalt. So für Geld. Schon damals schon gehastet. Und so für 25 Euro habe ich den Leuten immer das Bild gemalt. Und das war so mit der Zeitkammer so. Jeder hatte so seinen eigenen Style. Ich habe halt nicht so den selben Style für die alle Leute gezeichnet. Und mir ist auch gefallen. Und ich habe so jeden halt so einen Style gegeben. In dem ich halt auch immer wieder eben seine Bilder gemalt habe. Und die Leute haben immer halt jeder 2 gekriegt. Oder jeder 3. Die wollten halt immer so. Wenn einer immer 6. hatte. Dann kann er nicht hingehen und sagen. Ja, mach mir jetzt voll das krasse Bild. Und dann habe ich eine 1. Das ist so. Ja, dumm gewesen. Und dann haben die Leute halt gesagt. Ja, mach mir mal so 3 Jahre. So ein bisschen gegen den Film. Hab ich dann gemacht. Oder mach mir so ein 2 Plus Bild. Hab ich dann gemacht. Das hat meistens auch genau gepasst. Und ja. Die halbe Klasse habe dann meine Bilder abgegeben. In meiner Jugend habe ich viel Rap gehört. Ich bin auf jeden Fall mit Hip Hop aufgewachsen. Das fing an so 95. Also vorher habe ich gehört. Was in den Charts war. Extreme Boys. Spice Girls. Die ganzen Sachen. Scooter. Hab ich gefeiert. Und das Ding ist. Ich sah auf einmal. Das ist genau aus wie Nick von den Backstreet Boys. Und ich habe so viele Weiberklage gemacht. Ich hatte einmal 16 Freundinnen. Auf einmal. Da war ich so 14 oder so. Ich dachte richtig schön. In diesen Mittelscheiß. Das heißt. Sexy aus wie Nick. Ja. 95 ging das los mit Hip Hop. Und wir haben gehört Snoop Dogg. Tupac. P.I.G. Diese Sachen. Von Snoop Dogg kam 96. Das Album raus. Dogfader. Das habe ich voll gefeiert. Und später noch Deutschrap. So 98 glaube ich war das. Und das ist ein Deutschrap-losen Kumpel von mir. Mein bester Freund hat mir das gezeigt damals. Der war immer so in der Szene gesprayt und so weiter. Und hat mir Deutschrap-Sachen vorgespielt. Und ich fand das am Anfang. Hart muss man sich erstmal ein bisschen von Gewöhnenschaften. Sowas habe ich noch nie gehört gehabt. Aber dann haben wir das voll gefeiert. Wir haben alles gefeiert. So Freundeskreis. Massive Töne. Wie gab es alles. 1-2 fand ich so geil. Das Album. Gefährliches Halbwissen. Ich kann das heute noch ausgenutzt. Singt zwar jetzt nicht so bosshaft. Aber damals war das ein Karteiler-Rap. Das war auch technisch echt gut für die Zeit. Von der Technik her. Auch viele Sachen die heute rauskommen noch überlegen. Also wie Dettelmann damals gerappt hat. So auch an die Reihen und so. War schon sehr beeindruckend. Und das hat mich auch dazu bewegt. Dass ich auch selber angefangen habe zu texten. Und Rapper zu werden. Ja. Also wie gesagt. Ich bin leider mit Rapper 5 aufgewachsen. War die gut. Genau. Das war so das was ich gehört habe. Ja ganz klar. Die kleine süße Jessica Alba. Die gefällt dem Boss doch schon ganz gut. Meine Freunde. Und Megan Fox natürlich auch mit Rapper. Aber nicht ganz normal zu. Ich mag eher mit jedenfalls Frauen so klein. Sie sind kompakt, süß. Sie muss mich angucken. So runterblick. Das mag ich ganz gerne. Deswegen Jessica Alba. Ja. Der gute Moneyboy war ja mal auf einem Konzert von mir in Wien. Und hat mir dort auch ein schönes Bild mitgebracht. Er hat mich glaube ich porträtiert. Und der war sehr nett. Der Moneyboy. Ja. Ich hab mir den Scucci Venteria gekauft. Das ist der Klassiker. Für meinen Falten. Für meinen Falten. War was süßes. Ich feier denke. Ich find der lustig. Der ist sympathisch. Und ähm. Ich wünsch dem alles Gute. Und ich hoffe, dass den keiner verarscht. Der scheint mir eher ein bisschen so ein... Ja. Er ist ein netter Typ. Vielleicht ist er zu leichtgläubig und zu naiv. Also nicht, dass den irgendjemand abzieht. Das wünscht ihm auf jeden Fall nicht. Alles Gute an Moneyboy. Ja. Auf jeden Fall. Also. Prinz Harry. Kenn ich aus der Erde. Ist ein guter Rapper. Und ähm. Ich seh das so. Wir haben hier im Vergleich. Sagen wir mal zu USA. Eine relativ kleine Szene. Ja. Rap. Hip Hop. Ist in Deutschland relativ überschaubar. Da gibt es ein paar. Die sind kommerziell erfolgreich. Da gibt es einige. Die sind so im Mittelmaß. Und dann gibt es ganz viele. Die machen überhaupt kein Geld. Ja. Aber. Ich finde. Wenn man nur die Leute featuret. Die kommerziell erfolgreich sind. Oder bekannt sind. Dann haben wir dann am Ende vielleicht zehn Leute. Die sich immer gegenseitig featuren. Und das war's. Und das ist ja langweilig. Und äh. Deswegen feature ich auch jeden. Der mir gefällt. Ohne weiteres. Egal wie viele Fans da hat. Ob der zehn Fans hat. Oder zwanzig Fans hat. Oder hundert. Ist doch scheiß egal. Hauptsache. Das kommt ein geiler Aspekt bei raus. Und ich bin auch dafür. Dass man die Leute pusht. Unbekannte Leute. Muss man in Deutschland pushen. Wir müssen aufhören. Da uns gegenseitig zu sabotieren. Oder sowas. Auch wenn der andere. Völlig anderen Rap macht. Und der ihn gar nicht gefällt. Ich finde das nicht gut. Dass in Deutschland immer diese. Diese feindliche Stimmung ist. Wir müssen lieber zusammen. Und hier eine cooles Träne machen. Und nicht jeder. Und dann diese. Diese Feindschaft. Das bringt keinen weiter. Das ist doch scheiße. Wir müssen hier. In Deutschland dieses Thema. Wir müssen das aufbauen. Wir lachen uns sonst auch aus. Von außerhalb. Wenn Leute nach Deutschland gefragt werden. Die lachen uns doch aus. Wir müssen das richtig cool machen. Und das geht nicht um uns selber. Die ganze Zeit sabotieren. Das ist auch nur im Hip-Hop so. Und das muss auf jeden Fall auch. Ja klar. Also ins Selfmade Forum schaue ich immer wieder rein. Und in letzter Zeit habe ich nicht so viel Zeit. Da auch mal was zu schreiben. Aber ich lese mir vieles durch. Ich gucke immer was die Fans schreiben. Und da schaue ich doch erstmal rein. Gutes Selfmade Forum. Eine kleine Vorschau. Okay. Also. Es geht jetzt los. 2011. Es geht damit los, dass ich jetzt mein neues Album mache. Wenn ich ins Studio einschließe. Immer wieder Tracks mache. Und ich habe vor das Album heute gesagt. So. Mai. Juni. Ungefähr zu releasen. Das wird auf jeden Fall alles verbersten. Das Album. Und ja. Danach gehe ich auf Tour. Danach werde ich dann natürlich auch die Rotate Trilogy weiterführen. Ja. Teil 2 wird dann auf jeden Fall in Angriff genommen. Und ähm. Jungen brutal gut aussehen. Teil 2 muss kommen. Denk ich mal. Ich werde jedes Mal drauf angesprochen. Egal wo ich bin. Äh. Die Leute mich sehen auch krass. Die Ausländer vor allem. Ich meine. Die Deutschen sprechen mich nicht so oft an wie die Ausländer. Die sind halt ein bisschen. Gehen eher so auf den einen zu. Und sagen. Ey Kollege. Was geht ab? Ey. Wo ist Farid? Wo ist Farid? Wo ist Farid? Dann nehme ich immer. Wann kommt die Mutter? Und ich sag mal. Ja bestimmt bestimmt. Und ich hab auf jeden Fall Rob drauf. Ich denke Farid ist ja auch dabei. Und ähm. Ja. Lass mich mal noch das Album machen. Und Farid soll auch eins machen. Und danach gucken wir mal. Meine letzten Worte an den Fans. Ich danke euch allen. Die sich dieses. Ähm. Xmas Tag jetzt gekauft haben. Zeigt mir auf jeden Fall. Dass ihr mich unterstützt. Vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ähm. Und macht weiter so. Ja. Ja. Das gefällt mir ganz gut. Wie ihr den Post unterstützt. So muss das sein. Und äh. Ihr könnt euch freuen. Auf das nächste Jahr. 2011 wird richtig was abgehen. Wir drehen krasse Videos im nächsten Album. Wir machen richtig. Wir hauen richtig voll auf die Kacke. Äh. Wird einiges kommen. Wir gehen auf Tour. Wir sind überall. Ich sag mal so. Uns kennt keiner. Stopp. Zählt mir Records. Peace.